In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr bei Windows 7 die Tastatur konfiguriert. Und zwar geht ihr hierzu auf das Windows Start Symbol, dann auf Systemsteuerung, dann solltet ihr diese Ansicht hier, jetzt geht ihr hier oben auf Kategorie, ihr könnt große oder kleine Symbole auswählen, je nachdem wie ihr es euch beliebt habt, und dann geht ihr hier auf Tastatur. So, dann erscheint dieses Fenster hier, so und jetzt könnt ihr hier auswählen die Zeichenwiederholung, dann die Verzögerung, wie schnell bzw. wie kurz oder wie lang ein Zeichen auf das andere folgen soll und wie schnell die Wiederholrate sein soll, wenn ihr ein Zeichen schnell hintereinander eingebt. Und dann hier die Cursor Blinkrate könnt ihr noch einstellen, so ist für die ganz nervösen, ja und das ist für die etwas ruhigeren Leute, kann man sich dann auch je nach Belieben einstellen. Dann hier einfach auf Übernehmen klicken bzw. auf OK und dann habt ihr eure Tastatur konfiguriert. dann geht es gleich auf. Dann kommt das auf und dann wird man sich vielleicht einfach auf, also Dann kommt das auf, also wenn ihr ein paar Mal wieder anzeigt. Dann geht´s mit dem Kochen. Dann geht´s mit der Kochen.